ja hallo und herzlich willkommen wir haben heute noch mal eine kleine testtour gemacht da unsere motorräder aus der inspektion gekommen sind für unsere norwegen tour wir sind ein bisschen durch die eifel und durch die aden gegrüßt und sind jetzt hier in höfen noch bei einem guten freund und jetzt schnell in der alten molkerei eingekehrt ich wünsche euch viel spaß beim schauen und wir sehen uns dann in norwegen tschüss und ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020